Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und Leute, die ganze Welt wartet irgendwie auf günstige E-Autos. Der Schlüssel dazu sind natürlich die Akkus. Werden die Batterien billiger, kommen auch bezahlbare E-Autos in Reichweite. Und wie werden die Batterien billiger? Eigentlich ganz simpel. Man macht sie kleiner und verwendet günstigere Rohstoffe, zum Beispiel LFP. Das kennt ihr ja schon. Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die stehen bei den neuen Autoplattformen der europäischen Autohersteller ganz vorne an erster Stelle. Aber sind wir damit wirklich noch auf dem neuesten Stand? Ist LFP möglicherweise auch noch zu teuer und damit nicht konkurrenzfähig für die billigen E-Autos, die wir ja alle so gerne haben möchten? Vor zehn Monaten habe ich ja ein Video über die bevorstehende Akkurevolution gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Natrium-Ionen-Akkus, die versprechen nämlich eine ganz neue Ära bei den E-Autos, also zumindest was die Kosten angeht. Und was damals noch so ein bisschen nach Zukunftsmusik klang, das ist inzwischen in der Realität angekommen. Und wer mischt da ganz vorne mit? BYD? Tesla? Geely? Nee, VW. Ja, da reibt ihr euch verwundert die Augen. Das weltweit erste Serien-E-Auto mit Natrium-Ionen-Akku kommt von VW. Ja, zumindest teilweise. Was es damit auf sich hat und warum wir in Europa erstmal nichts davon haben werden, das erfahrt ihr in diesem Video. Wird also spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Alle warten irgendwie auf das 25.000 Euro Elektroauto für den Massenmarkt. VW hat es ja vor einem Jahr schon angekündigt, der ID.2 soll Ende 2025 auf den Markt kommen. Ende 2025? Ernsthaft? Warum so spät, VW? Und was das dann für ein Auto wird, also Details über Akkugröße, Reichweite oder auch Ausstattung, das ist bisher auch nicht bekannt. Da tappen wir also auch noch völlig im Dunkeln. Und sind wir mal ehrlich, 25.000 Euro sind auch noch eine Stange Geld. So richtig spannend wird es doch erst, wenn Elektroautos deutlich unter 20.000 kosten. Dass es woanders viel schneller geht, beweist eine Meldung, die vor ein paar Wochen meiner Meinung nach für viel zu wenig Aufsehen gesorgt hat. Der chinesische Hersteller JAC produziert nämlich seit Dezember 2023 die ersten Elektroautos in Serie mit Natrium-Ionen-Akkus. Diese neue Akkutechnologie könnte nicht weniger als eine Revolution für die Elektromobilität bedeuten. Natrium-Ionen-Akkus bieten gegenüber normalen Lithium-Ionen-Batterien nämlich ein paar interessante Vorteile. Natrium statt Lithium als Ausgangsmaterial ist quasi im Überfluss vorhanden und ziemlich kostengünstig zu bekommen. Die Herstellung ist also viel, viel billiger, geht mal von mindestens 40% aus. Und sie ist auch weniger abhängig von seltenen und konfliktträchtigen Rohstoffen. Zudem könnten die Akkus aufgrund ihrer Zellchemie die Brandgefahr weiter senken und sie sind auch weniger anfällig für kalte Temperaturen. Nun liefert also der chinesische Hersteller JAC mit dem iY das weltweit erste in Großserie produzierte E-Auto mit Natrium-Ionen-Akkus aus. Ja gut, die Chinesen wieder. Aber was hat denn das Ganze jetzt mit VW zu tun? Ganz einfach. JAC ist zu 50% im Besitz der Volkswagen Group. Dann wird auch plötzlich klar, an was euch der Wagen vielleicht erinnert. Im ersten Moment dachte ich nämlich, es wäre ein klonendes E-Up. Geht euch das auch so? Der JAC iY hieß zuerst übrigens JAC Sehol E10X, also falls ihr von dem schon was gehört habt, nicht wundern. Der Wagen wurde dann aber scheinbar 2024 auf iY umgelabelt. Die Batteriekapazität beträgt 25 Kilowattstunden und der Akku hat eine Energiedichte von 120 Wattstunden pro Kilo. Die DC-Aufladegeschwindigkeit von 10 auf 80% wird mit ungefähr 20 Minuten angegeben und die Reichweite soll maximal 252 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Zyklus betragen. Gut, in der Praxis, da werden 25 Kilowattstunden auch nicht für viel mehr reichen als für, sagen wir mal, 180 Stadtkilometer. Ich denke da mal an unsere erste Renault Zoe, die 22 Kilowattstunden hatte und in der Stadt, da kamen die knapp 150 Kilometer weit. Aber immerhin, der Hammer ist nämlich der Preis. In China liegt der bei ganzen 10.500 Euro. Ich mache mal kurz eine Pause, damit ihr diesen Schock erstmal in Ruhe verdauen könnt. Wenn ihr übrigens gerade auf der Suche nach einem neuen E-Auto seid, dann schaut doch mal bei GoLeasy vorbei. Denn GoLeasy durchsucht für euch die großen Online-Leasing-Plattformen nach dem besten Angebot und fasst die Ergebnisse alle übersichtlich zusammen. Dadurch spart ihr nicht nur viel Zeit, weil ihr eben nicht selber auf leasingmarkt.de oder mobile.de die Angebote raussuchen müsst, sondern ihr spart auch Geld, weil bei GoLeasy natürlich die Anbieter direkt miteinander verglichen werden. Und dann könnt ihr euch das beste Angebot sofort raussuchen. Also gebt einfach die gewünschten Kriterien in die Suchmaske von GoLeasy ein und lasst euch die passenden Angebote auflisten. Kleiner Tipp noch, achtet unbedingt auf den Leasing-Faktor, denn je niedriger der ist, desto besser das Angebot. Der Link zu GoLeasy, der ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt sind Natrium-Ionen-Batterien aber keine revolutionäre chinesische Entwicklung der letzten Jahre, sondern die werden bereits seit den 80ern vor allem in Europa entwickelt. Also entwickelt ist das falsche Wort. Es wird daran geforscht. Und Forschung ist ja schön und gut, aber solange kein Hersteller sagt, so jetzt nehmen wir mal die Dinger und die Forschungsergebnisse und bauen damit serienreife Akkuzellen, solange passiert hier halt auch nichts. Allerdings hat jetzt mit den E-Autos diese Technologie in der Batterieindustrie wohl wieder an Bedeutung gewonnen. Ja und wo sitzt die Batterieindustrie inzwischen? Richtig, in China. Die Versprechungen sind aber auch wirklich verlockend. Natrium-Ionen-Akkus sind einfach günstiger und weniger temperaturempfindlich als die Lithium-Konkurrenz. Und nebenbei sind sie auch noch sicherer, denn die verwendeten Materialien sind nämlich nicht so reaktionsfreudig wie Lithium und arbeiten sogar bei höheren Temperaturen weiter stabil. Das Risiko eines thermischen Durchgehens, das zu einem Feuer führen kann, ist deswegen viel geringer. Dementsprechend sinkt damit auch nochmal die Brandgefahr von E-Autos. Leider gibt's auch einen ziemlich dicken Nachteil bei Natrium-Ionen-Akkus und das ist ihre im Vergleich zu Lithium geringere Speicherkapazität. Derzeit liegt die Energiedichte bei Natrium-Ionen-Batterien zwischen 120 und 160 Wattstunden pro Kilo, während die besten Lithium-Ionen-Akkus bis zu 260 Wattstunden pro Kilo erreichen. Das bedeutet, dass Natrium-Ionen-Batterien größer und schwerer sein müssen, um dieselbe Kapazität wie Lithium-Akkus zu erreichen. An der Steigerung der Energiedichte wird allerdings mit Hochdruck geforscht und optimistische Prognosen gehen davon aus, dass bald auch mit Natrium die 200 Wattstunden pro Kilo erreicht werden. Übrigens hatte der erste LFP-Akku im Tesla Model 3 aus dem Jahr 2020 eine Energiedichte von 125 Wattstunden pro Kilo. Der Akku hatte eine Kapazität von 54 Kilowattstunden bei einem Gewicht von 432 Kilogramm. Damit ein Natrium-Ionen-Akku die gleiche Kapazität erreicht, müsste er nur knapp 20 Kilo schwerer sein. Allerdings wäre sein Volumen deutlich größer, da die Energiedichte pro Liter nur bei 240 Wattstunden liegt, was ungefähr nur halb so viel ist wie bei Lithium. In China haben Akkuhersteller wie CATL oder BYD schon kräftig in die Produktion von Natrium-Ionen-Akkus investiert. Aber auch verschiedene europäische Unternehmen wie der schwedische Batteriekonzern Northvolt, die sind in diesem Bereich aktiv. Die Chinesen haben hier aber einen deutlichen Vorsprung in der Entwicklung. Fast 90 Prozent der Patente im Zusammenhang mit der Natrium-Technologie kommen aus China. Ja und VW ist jetzt durch JAC ganz vorne mit dabei. Da stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir in Europa nichts davon? Warum kommt der ID.2 mit Natrium-Ionen-Akku nicht schon Ende 2024 und schlägt für unter 20.000 Euro ein wie eine Bombe? Tja, womöglich ist man hier in Europa nicht ganz so innovationsfreudig und risikobereit wie die Kollegen in China. Denn bei aller Revolution darf man ja nicht vergessen, dass es sich hier noch um eine junge und in der langjährigen Nutzung auch unerprobte Technologie handelt. Und was, wenn sich die Akkus trotz der angeblichen Haltbarkeit von bis zu 2000 Zyklen schon vor Garantieende reihenweise verabschieden? Der Durchbruch von Natrium-Ionen-Akkus in E-Autos bei uns, das steht wohl noch nicht so bald auf der Agenda. Also wo sie vermutlich als erstes kommen werden, sind E-Bikes zum Beispiel oder auch als Heimspeicher für PV-Anlagen. Ich denke mal die günstigen Kleinwagen, die lassen hier eher noch ein bisschen auf sich warten. Da wollen wir mal hoffen, dass wir hier in Deutschland nicht komplett den Anschluss verlieren, denn mit dem BYD Seagull und dem JME V3, da haben zwei weitere chinesische Hersteller schon die nächsten E-Autos mit Natrium-Ionen-Akkus am Start. Und wenn die deutschen Hersteller doch lieber weiter Verbrenner bauen und bei E-Autos eher in Premium-Kategorien denken, dann kommen die bezahlbaren E-Autos in Zukunft eben massenhaft aus China. Ja, was denkt ihr denn darüber? Wäre für euch ein E-Auto um die 10.000 Euro eine Option, selbst wenn es gerade mal knapp 180 Kilometer weit kommt, also in der Stadt wohlgemerkt? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und falls ihr meinen Kanal noch mehr unterstützen möchtet, dann schaut euch doch mal die Mitgliedschaft an. Vielleicht ist das ja was für euch. So viel dann also für heute, bis zum nächsten Video. Vielleicht dann mit euch als Kanalmitglied. Bis dahin, macht's gut. Ciao.